Naja, für Katrin. Sie ist eine Uraufführung. Großes Theater. Im besten Sinne des Wortes. Standing Ovations. A new diva. Obwohl noch Geheimtipp. Präsentiert sie sich wie ein Diadem. Wie Kirchenglocken im Gebiet. Ihr Vorhang wird immer wieder hochgezogen. Wenn die Welt sie sehen will. Dabei gibt sie sich cool, stylisch, gelassen. Sie ist ein Chartbreaker. Und startet die Gala von der Poolposition. Und bricht mit dem guten Ton. Heute New York. Morgen am See. Ich kaufe mir also ein Jahresticket. Erste Reihe. Und bitte um ein Autogramm. Für meinen Vater. Für meinen Vater. Vielen Dank.